Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Winterdorf 2 und in der heutigen Folge töten wir ein Wurla Skelett, welches endlich mal gespawnt ist und da geht es auch schon wieder in meinem Video. wieder ab, Toto ertrank beim Versuch zu entkommen, na egal, also auf jeden Fall, wir töten jetzt mal hier dieses Wurla Skelett, ist keine gute Voraussetzung, würde ich erstmal gerne was trinken und jetzt, egal, komm, voll drauf und jetzt tropst du nächstes Mal, oh man, drei Kohle, ganz ehrlich, hätte ich mal farmen können. Suchen wir vielleicht halt mal ein bisschen weiter doch So, 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 so Also ein Skelett ist auf jeden Fall schon mal da, das ist doch mal ganz gut Wenn nicht, wenn wir jetzt in dieser Folge keinen, äh, nicht irgendwie einen Kopf oder sowas finden, beziehungsweise nicht vielleicht ein paar Köpfe, dann werde ich jetzt einfach mal einen kleinen Cut machen und werde ich einfach jetzt in meinem Off fahren, nämlich solange habe ich jetzt... Denkst du, wie lange habt ihr auch einfach keine Geduld? Denkst du, wie lange habt ihr auch einfach keine Geduld? Oh, pfff, nochmal Labe Muss irgendwie die Labe... Oh Gott Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott Alter Alter Das ist ja fast mein erster Tod gewesen Ach du Scheiße Boah Alter 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 Schwede So warte Ich muss jetzt erstmal hier Ich werde es denn gar nicht mehr aufzubrennen Ich muss jetzt erstmal Alter, aber wie lange brenne ich denn noch? So, ich muss mich jetzt hier einbauen Ach du Scheiße Ach du Gott Ui Ui Pfff Alter ... Hahaha Ja moin So, ich muss jetzt erstmal Was schafft der denn der Dodo? Ich hab das jetzt geschafft? Noch kein einziges in meinem Projekt zu sterben Und der stirbt alle Minute So Jetzt mache ich das hier mal zu Das mal zu So So Sehr schön Na, was geht denn So, also Ihr dürftet mir jetzt wahrscheinlich hoffentlich nichts mehr machen können Das gibt's doch nicht, oder? Das gibt's ja jetzt wohl nicht Kein einziger hat den Kopf gedroppt So, die nehme ich nochmal in die Hand Alter Mein Herz Dodo LP viel aus großer Höhe Ja gut So Komm Easy Dodo quittet Okay So Joint the game Also ich glaube Ich werde jetzt einfach dann Nach dieser Folge Einfach mal selbst farben Nämlich Ich dachte jetzt, okay Vielleicht jeder zweite Ich habe ja Vor allem, ich habe ja Looting 3 Aber nö Der droppt mal gar nichts Da oben irgendwas Oh, da ist Clothstone Clothstone könnte man immer noch gebrauchen Vielleicht Der baut doch die ganzen Blöcke ab Das ist auch gut So Hier waren wir aber noch nicht gewesen Glaub ich Das wäre doch mal was Neues So, so Durchgefallen Quittet Okay So Hier ist nix oder wat Das Quart Das Quart zeugt da noch ein bisschen mit Gut Hier wären wir dann auch schon gewesen Mal Ist da irgendwas Oh Gott Oh, das ist so Na lunge Gut Äh Folge Ja Oh Hm Setzt die Frage Soll ich jetzt einfach noch weiter versuchen Und ein paar Dinge suchen Oh, ja, 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 moi Was machen wir denn hier Hab ich da oben schon geguckt? Ja, anscheinend Ich habe hier irgendwie komplett Keine Orientierung Ja, wir sind hier glaube ich noch zweimal durch oder so Ach komm Das lohnt sich nicht Gut So, gehen wir auf jeden Fall jetzt wieder zurück Ich mache den Shader wieder rein Äh So Und Abfahrt Doggy Downfall So Aber in dieser Folge könnte ich euch dann mal zeigen Ähm Was vielleicht so Neues ist in der Stadt Oder mache ich das nächste Folge Ach quatsch Ich zeige euch ein bisschen was vielleicht Also wie ihr seht Ein Beacon Auf die Wegen Wegen dieses Beacons Etwas 2x2 hat gewonnen Äh Begonnen Okay gut Ähm Hier Wegen dieses Beacons Ähm Hier äh Bin ich überhaupt auf die Idee gekommen Dass ich mir auch mal ein Beacon machen könnte Äh Vielleicht ziemlich nice So 1-2 eigene Beacons zu haben Deswegen brauchen wir eben Der Drop Oder Oder Ja doch Der Der Ich hab gerade überlegt Ob wirklich der Ähm Ob wirklich der Quitter des Dropped So Äh Hier Mr. 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 Mgs Eierfarm Bedient euch gerne Okay Ja gut Ja Ist auf jeden Fall Ja nice Gut Dann Robert 20 Geh Nehme Gerade Hups Gerade Auf Ich glaube da werde ich dann nur ein kleines Aufnahmenpäuschen machen Schon lange nicht mehr von ihm gehört Naja so lange geht es auch wieder nicht Aber ingame halt ihr wisst es So Der vier Leute hier auf dem Server ist Achso Ja gut Die beiden Rappauken auch noch So Dann Tarche Tarche Ja hi So Ähm Gut Ich räume jetzt erstmal die Sachen weg Oder auch nicht Warte mal Habe ich hier noch Platz Irgendwie In der unteren Kiste vielleicht So Ja doch Das passt doch alles noch Das 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 Ähm Closed Brauche ich auf jeden Fall noch Das Zeug kann da mal rein Das hier Knochen 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 So Das Zeug Ne das kommt hier nicht an Das kommt hier hin Zum Glück haben wir so viel zu essen dabei gehabt ne So hier die Sättel Machen wir die Sättel mal weg So braun Kommt das einfach mal hier hin Neda 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 Hier Öpp Nein Hier untere Kiste So Ein bisschen Kohle Ähm Quit the game Okay schade Dann mache ich doch keine Aufnahmepause Ah ne Joint the game Internetprobleme dann wahrscheinlich So Eier 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 Brauche ich Gerade nicht Habe hier welche So Ähm Gut Dann Würde ich mal sagen Was das für ne heutigen Folge Gut Drei Willer Äh Quatsch Drei Willer Skelette getötet Ähm Jo Ist ganz doof ausgegangen Finde ich Keiner einziger wollte was droppen Ist halt so jetzt Ähm Jo Ich werde dann jetzt wahrscheinlich mal gleich offscreen Ein bisschen Würder Köpfe farmen Und wir werden dann bald in der nächste Folge In einer der nächsten Folgen Den Würder Töten Einen Ich muss mal gucken wie viel Zeit ich habe Vielleicht sogar zwei Äh Töten Ähm Vielleicht Oh das könnte ich vielleicht mit Robin zusammen machen Das werde ich mal schauen Ähm Gut Aber jetzt wird es erstmal Jetzt ist erstmal Schluss für heute Wir sehen uns dann Zu einer neuen Folge Also bis dahin macht's gut Arschmeister Lass einen Daumen nach oben da Abo da lassen Ihr wisst es ja Also bis dann Und ciao ciao Bis dann